Gartenerei Kehrer, Tübingen. Wir sind vertreten auf den Wochenmärkten hier in Tübingen und in Gertringen. Tübingen, Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag, immer von 8 bis 13 Uhr. Und samstags 7 bis 12 Uhr in Gertringen. Genau, wir haben regionales Obst und Gemüse, sowie Schnippblumen, Topfpflanzen. Genau, das ist wesentlich in unserem Produktsortiment. Hauptsächlich gucken wir, dass wir regional unsere Waren beziehen, außer im Winter. Da müssen wir natürlich auf internationalen Handel zurückgreifen. Genau, das Wesentliche zu uns. Das Wesentliche zu uns.